Ich muss sagen, ich habe tatsächlich keine Ski zu Hause. Die hat alle, mein Serviceman, der Roli, und der hegt und pflegt die. Das ist eigentlich so, ich hole die ab, trainiert mit denen, gebt sie nach dem Training wieder ab und dann stehen sie am nächsten Tag wieder perfekt präpariert da. Das ist eigentlich genauso wie bei Intersportrennen. Ihr kommt da hin in der Früh, holt eure Ski ab, fahrt mit denen den ganzen Tag, räubert sie zusammen, gebt es am Abend ab und am nächsten Tag könnt ihr euch wieder genau den gleichen perfekt präparierten Ski abholen. Und deswegen rate ich euch nur, dass ihr das auch ausnutzt und macht's. Ciao, euer Felix.